Flugplatz Nummer 9 Da, da fliegt er Am Flugplatz, hier ist nicht viel zu sehen Ich glaube, da komme ich wieder auf der Straße Mal gucken, wir laufen einfach mal Und wenn es auch nicht schlimm, lerne ich die Gegend hier kennen Das ist prima Hotelnerweg Ich kann es gar nicht aussprechen Die Ecke war ich hier noch nicht Das ist auch noch am Flugplatz Grüne Landwirtschaft Ich kenne das ja hier alles gar nicht Wo kommen die denn jetzt alle her Da biege ich mal hier ab Da komme ich auf der Hauptstraße wieder Wer nicht hin will Biege ich mal hier ab Hier ist die Hauptstraße Da lang Da kann ich jetzt nicht hin Nee, ist auch nicht schön zum Spazieren Ero Club Ist hier lang Nehmen wir mal hier ein bisschen lang Aber da komme ich auch wieder auf der Hauptstraße Hier komme ich auch wieder zur Hauptstraße Ja, da will ich ja nicht hin Wo die ganzen Autos sind Hier ist auch ein Flugplatz Noch ein Flugplatz hierzu Autoverwertung Betriebsgelände Wieso nicht drauf Das mache ich nicht betreten Betriebsgelände mache ich nicht Wo ich nicht tätig bin Gucken, was hier zu sehen ist Nee, die Straße bin ich noch nicht gegangen Die kenne ich nicht Privatparkplatz Nee, ich fahre zu Fuß Ich brauche keinen Parkplatz Gucken, woher hin Komm Wie ein Gefängnis aus Aber ist keins Freilaufende Hunde sind hier Man soll ja auch nicht darauf gehen Hier ist auch ein Gleis zu sehen Da hinten Das kenne ich Hier weiter Rundflüge Hier ist es mit den Rundflügen Das wäre auch nochmal ein Traum Hier über Hier mal mit dem Rundflug Das kann ich auch mal machen Oh Gott, ist das hier groß Nee, hier kann es auch nicht lang Hier ist Parkplatz Nee, hier kann es gar nicht weiter Ist dicht der Weg Ist alles zu hier Nee, hier war es nicht mehr weiter Ist zu hier alles Wieder zurück Das hier ist der Hauptsitz davon Schalke, wir gucken, was das hier ist Komm, glaube ich, auch auf der Straße Komm, glaube ich, auch auf der Straße Hier ist auch eine Haltestelle Hier kommt es nicht weiter Auf der Haltestelle Auf der Haltestelle Auf der Haltestelle Ja, die dürfen Sonntag nicht fahren Hier sind ja die LKWs Das ist das hier Die Flächen sind Hier wird auch gebaut, oder was? Nee, hier kann man gar nicht Das ist alles Industrieautos Das ist die Hauptstraße, glaube ich Da hinten Da hinten Automobile Wagen verboten So richtig Aber hier steht nicht, wo es lang geht hier Gehen wir mal hier lang Einfach mal durch hier Lidl Hier geht ein Lidl lang Ach ja Das ist die Hauptstraße Hier wieder Das ist von der Hauptstraße hier Wenn wir hier weiterkommen Das ist noch an der Schalke Und dann ist die Hauptstraße Ich bin deine Stadt Guck mal hier lang geht Es ist warm genug Wie ich mir an die Zunge habe Im Herbst geht die Sonne Ist die Sonne da Ein Blick Das ist anders In der Richtung Gucken wir mal hier hin Komm Ist der Flugplatz wieder da hinten? Hier sind noch Kärten Darum Das ist Richtung Tristenstedt hier Parallel ist ja die andere Straße da Um RKWs Gucken wir mal hier weiterkommen Also hier kann man auch noch sicher gehen Und der läuft aber leise Hier ist es ruhiger Wieder hin die Straße Hier ist es Gucken wir mal hier hin Das war's für heute. Ah, Fahrschulen. Das ist auch ein Feld hier. Ja, Müll siehst du auch überall. Furchtbar, mancher Leute. Das ist auch kein Schild, wo das hier lang geht. Das ist auch ein Feld. Da ist auch noch eine Haltestelle. Wild hier. Das glaube ich, dass hier wild ist. Nee, hier kannst du nicht mehr lang. Das ist auch ein Feld. Das sind die Säune. Jetzt sieht es wieder hier anders aus. Das ist ein Feld. Das ist ein Feld. Da kommst du, glaube ich, nach Aseln hin. Weiß ich nicht mehr so genau. Das ist die 17 hier, die hier fährt. Gewerbegebiet 17. Geh die Straße hier einfach mal lang. Nächsten Feldweg ab. Reifen kommen. Geh die Straße. Geh die Straße. Da hinten bin ich mal langgegangen. Ach, Richtung Giesen kommt man hier hin. Ja, dann bin ich ja gut. Richtung Giesen, damit hat man noch ein. Viele Unfälle, wild. Geht kein Pferdweg lang. Oh. 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 Und hier muss man nicht langfahren. Oh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Pause beendet Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, das werden wir auch machen. 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 Ja, das ist auf der Straße. Ja, das ist auf der Straße. Ja, das stimmt. Ja, das ist alles gesperrt. Ja, das ist alles gesperrt. Ja, das ist auf der Straße. 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 Geist, das ist, das ist, das ist, das ist. Sollte Schau, dass das Linie auch so schnell ist. Halt rein. Halt rein. Das war ja. 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 Ja. Das war ja. Ja doch, da geht ein Weg rein. Wann zum Ohr, denn ... ... ein Verkehrhauskommen. Ein richtiger Weg ist es nicht hier. Das sind eigentlich nicht lang. Wenn man an so einen Ort kommt, empfangen einen gleich immer Autos. Gucken, wo ich erst mal rauskomme. Ich bin hier. Schneeglöckchen. Bildschutzgebiet ist das hier. Hier habe ich die ECA in den Fluss aus. Ich bin hier in den Fluss. Das ist egal. Da muss ich doch bei der Straße da lang. Das Arseln hier wo ich bin. Mal hier weiter. Das kenne ich jetzt hier nicht wo ich bin. Das könnte Hasen sein. Das könnte Hasen sein. Könnte weiß ich nicht. Das ist gar nicht wo ich hier rauskomme. Das ist gar nicht wo ich bin. Das ist gar nicht wo ich bin. Das ist gar nicht wo ich bin. Das ist Hasen. Das ist Hasen hier. Das ist gar nicht wo ich bin. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Nein, der fährt gerade aus. Auch gerade aus. Da komme ich, glaube ich, auf der Hauptstraße. Das ist wirklich schön hier. Das ist wirklich schön hier. Hier blüht was. Gucken, ob ich da hinten rauskomme. Das ist wirklich schön hier. Oh Gott, hier sind hinten. Schön. Ich muss mal gucken, wo der Koppelweg ist. Gucken, wo ich jetzt hier bin. Das ist aber neben. Das ist nicht die Hauptstraße. Gucken, wo ich jetzt hier bin. Ach, die Tankstelle. Das ist die Tankstelle. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Das ist so awesome. Das ist so. Ein ganz anderer Blick, wenn man jetzt hier so guckt. Das ist ein ganz anderer Blick, wenn man hier so guckt. noch gar nicht gesehen hier noch gar nicht gesehen hier noch gar nicht gesehen noch ein ganz anderer blick von dieser richtung noch gar nicht gesehen Fahrrad frei. Kampstraße. Ach, hier sind ja auch mit den Hasen, aber die sind heute nicht zu sehen. Ein ganz anderer Blick. Das ist ja hübsch. Koppelweg. So, jetzt gehe ich den anderen. Wann gehe ich denn noch? Dann habe ich... ... 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